Er tut es, wenn ich nicht alle töten kann. Mh... Same. Wenn ich sie nicht finde. Wir waren noch auf Melly. Ich bin hier. Bist du in unserer Gruppe? Ach ja, doch, ja. Ach, Kali ist rausgegangen. Ich bin rausgekommen, irgendwie. Wir haben zweimal... Zwickau ist zweimal drin. Der hat's halt drauf. Der war so gut, der spielt jetzt für zwei. Ja, ja. Ja, nur muss einer von ihm da sterben. Warte mal. Werde andere an der Hedgecamp. Jetzt wird mein guter Zwilling, weißt du. Sieht man doch. Ihm, öffne dich. Dankeschön. Are we ready? Yes, we are. Ich bin nicht ready, nochmal zu sterben. Ich fand's letztes Mal so lustig. Ja, Flo ist einfach eigentlich total gut da drin. Das ist voll der... Das ist gruselig, wie gut der ist, ja? Ja. Mein zweites Mal. Ja, ja, ja. Drittes Mal, jetzt okay. Schon vorher getötet, ja, ja, ja. Also ja, in anderen Spielen, Flo. Und ich hab alles auf God of War gelernt, ja. Hat auch immer unglaublich Spaß gemacht. Aber wir hätten nur noch einen Generator gebraucht. Also wir sind doch schon... Also wir sind nicht direkt abgenascht worden, ja? Also ein bisschen was... Noch nicht. Für jeden, für jeden ist ein Generator dabei gewesen, ja. Ich hab noch reingelackt, nein. Schön, ich starte wieder an einem Haken, das heißt nichts Gutes. Du auch, Wunderbärchen. Danke für die Info. Bitte. Ja, aber es gibt ja auch nur einen, also... Gibt ja nur einen Haken, ne? Ja, ja. Da häng ich dann mal 5 Leute gleichzeitig dran auf. Ja, so einen gibt's ja. Den gibt's im Keller. Ja, ja. Aber das sind trotzdem 4 einzelne Haken und nicht einer, wo da einfach so lange ist, dass du 5 gleichzeitig brauchst. Ja, ausspießen. Ja, du wirst wohl kaum abspießen, oder? Doch, ich werd abspießen. Ich spieße euch alle ab. Ich steche euch auf, nein. So. Hallo. Scheiße, ey. Wieso bist du da nicht weggerannt? Du wirst einfach direkt weggelebt. Bei mir hängt's grad ein wenig. Egal. Wuhu, ich opfere mich für euch alle. Dann sterben wir alle, so. Wuhu. Lass mich auf das weg. Lass mich ein bisschen krabbeln. Mann, ich wollt krabbeln. Ich wollt zu dem Haken krabbeln. Nein. Ich wollt zu dem Haken krabbeln. Lass mich runter. 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 Ich konnte nicht mal strugglen, weil das im gleichen... Autsch. Schmerzen. Aua, Aua. Aua, Aua. Aua, Aua. Aua, Aua. Aua, Aua. Der Mütz. Was? Ach, ist jetzt auch noch ne Bärenfalle drunter. Schmeiner reich. Oh, Sorge. Ach mann. Naja, das war jetzt aber ne kurze Runde für mich. Jetzt kann ich zugucken. Das hast du doch nur deswegen gemacht. Ich geb's zu. Ich hebe es zu. Für die Views tue ich doch alles. Nein. Nicht wirklich. Nach links. Nach rechts. Geradeaus. Durchs Fenster. Innen Keller. Genau, Ware. Genau da reinlaufen. Mh. Bei uns hört. Ei, Krähe, Krähe, Krähe. Oi. Oh, die Krähe. Fluffi und Puffi waren hier. Hallo Fluffi und Puffi. Ich würd gern wissen was hier Fluffi und Puffi ist. Jede Folge hat sie das. Die Krähen. Die Krähen sind das. Die heißen alle Fluffy und Puffy. Ach so, was von Puschelhäschen erzählt haben wir jetzt mal? Puschelhäschen, genau, ist auch noch eine da. Genau. Und Bernd. Ah! Da kleiner Lacker, du. Nein, 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 Hager. Oh Gott. Halleluja. Oh, du. Oh Gott. Nein! Oh nein! Blümchen kommt da drüber. Blümchen. Let's wiggle. Booty, haben wir wieder im Bild. Booty, 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 Bitches. Ey, ich hab auch zwei Generatoren gemacht, ja. Booty, Booty, Bitches, Booty, Booty. Nicht wiggle, nein. So leicht du das. Wickel doch, sieht man es nicht? Mit dem Hintern wickelter. Aber was muss auch. Ach, schweig. Blümchen. Ganz hielbben Blümchen drüber. Benjamin Blümchen da 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 da. Benjamin Blümchen und Blümchen drüber, ja ja. You got this. Ich muss mehr trainieren, glaube ich. Nee, ich glaube manche Bärenfall sind echt böse. Ach, Fasch! Scheiße! Schau, direkt hinten! Ja, das ist einfach so rumgelaufen. Nein! Ich hab, ich hab nicht gesehen, dass das dann Vault nochmal drauf stand. Ach, der Hacke ist noch da, also? Okay, auch egal. Na Carly, wie geht's? Hallo, na wie... und wir kommen im Afterlife. Hier gibt's Sarke... Ich hab mal eine Hacke. Sarke? Sarke? Ne, nicht Sarke, ich mein, ich geb dir jetzt Saft, meine ich nicht Sarke. Ich dachte, das war so... Was? Sarke, what the fuck? Saft und Kekse. Und Apfelstückchen. Aufpassen. Und mir habt nur noch zwei Generatoren. Hm. Beden einen. Einen hab ich schon angefangen da hinten. Geht da nicht hin. Geht da nicht hin. Geht da nicht hin. Ja, geht da nicht hin. Hier sehen wir einen Huhn. Schleich... Tiere. Schleichtiere. Schleichtiere. Zwei Schleichtiere. Pfarre, Vahra ins Bill jau. Als ich mich hier frage, kann man auch so anderen Survivors diese komischen Barrieren auf meinen Kopf werfen? Aus Versehen. Irgendwie. Auch wenn man dann eigentlich vor ihnen laufen müsste? Jaa. ne 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 als gleicher survivor meine ich also als gleicher survivor ne ich meine halt auch es ist was ich meine nun in den tüten 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 wie die immer laufend Prozent und sich nicht Weg! Weg! Oh Gott, im Himmel! No! Oh, gleich Double-Pack hier, was auch meine Nase war! Oh nein! Nein, Bara! Ich wollte, ich wollte ablenken. Swigga, ich glaub vielleicht in einem Haus da direkt da vorne, da könnte einer sein, musst du mal gucken. Okay. Da müsste die Hedge drin sein, für den Fall, dass ich, für den Fall, dass ich tot bin, ist da bestimmt die Hedge drin, die ist meistens in diesen großen Häusern. Do it! Just fucking do it! Nein! Auch so schnell komm ich gar nicht zum Haken. Jura, ich muss dich gleich nochmal hauen. Wir sollten nicht von meinem Gesicht runterlaufen. Ich bin mir gefallen, geh von meinem Haken weg. Da muss ich gleich neu hin. Wahre, rennen! Nein! Vom Haken! Genau! Hier, für die ist... Genau! Der, 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 der! Genau! Den hatte ich angefangen. Ach, fest dich! Du bist immer noch hinter mir! Oh na MODE! Un Campaign! tillyx Wiggle Gradlekt dock delyx Wiggle! auch schritten beachten bei ihr going la 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 ja aber vielleicht kann ich auch barra unterstützen wenn ich ihn blenden kann ist klein nicht ich will nicht wiggel nicht wiggel 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 laus bega laus für den guten zweck mach schon mal das Tor auf ich komm gleich ne Prozent 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 sie kreischt Nein Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott Ja, ich bin tot jetzt Oh nein, oh nein Da oben ist noch raus Ja, aber Oh je Oh je Fuck Du die Hatsch Alter, ohne Mist, du bist aber auch ein echt guter Killer Floh, ne? Muss man schon sagen Ah Hat nichts genutzt, nein Hat nichts genutzt, oder? Versuch's nochmal Versuch's nochmal Versuch's nochmal Oh mein Gott, Oh mein Gott Abkappen, krack Da 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 Da, da ist sie Ja Verdammt Das hab ich noch recht Sehr verdammt Huuu Oh mein Gott Sehr gut Wow, 522 Punkte Juhu Unglaublich Juhu 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 Juhu